hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von dragon age inquisition ja ich bin überladen eigentlich dachte ich gehe mal warum trinkst du nächstes mal lieber ja ja dass ich erst zurückgehe aber wir gehen jetzt rein weil sonst müssen wir die ganzen wiken latschen muss ich halt sachen zerstören oder da lassen machen wir das jetzt einfach so ladebildchen das ist der roten templar das war schnell so was erwartet uns da ich bin gespannt ein paar freunde ja 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 Ja, war ja. Oh oh. Was ist hier los? Lesen. Venatori-Befehl. Ein kurzer Brief zusammen mit einer Karte der Westkarte, auf der mehrere Gebiete mit Kreisen markiert sind. Lucanus. Die Hinweise sind obskur, aber sie deuten auf eine einzelne Macht hin, die zur Hochzeit des Alten Reichs versiegelt wurde. Tewinte war schon vor der ersten Verderbnis in der Region aktiv. Es gibt keine detaillierte Aufzeichnung über den Ort, aber einige vielversprechende Spuren. Ihr werdet Männer und Vorräte erhalten. Kehrt nicht mit leeren Händen zurück. Die sind alle, die wachen doch gleich auf. Eine Kiste, ja. Bin ja auch noch nicht überladen. Ach so, was geht wohl immer. Ähm, 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 ja. Ich trau dem Braten hier nicht. Können wir wieder gehen? Das sieht alles so eingefroren aus. Sowieso. Ich weiß nicht. Eine Kiste. Was ist denn das wert? Okay. Für Magier. Ähm. Dorian. Er hat 131. Und ich habe eine 132 noch da. Und eine 113 habe ich auch. Also brauchen wir das nicht. Ah, warte mal. Noch mal kurz reingehen. Inventar. Dorian. Raststab, ja siehst du. Ich habe Ich habe Hexenstab des Blitzes. Den können wir zum Beispiel zerstören. Es ist auch ein Hexenstab. Und die Rüstung brauchen wir auch nicht. Nehme nicht mit. Vergiss das. Ja, ja. Ich nehme nur... Oh, da geht es nicht weiter. Ich nehme nur etwas mit, was... Ähm... Unseren Werten entspricht. Aber das brauchen wir nicht mehr. Da geht es nicht weiter. Okay, wir müssen da runter. Man, das ist doch scheiße. Ziehen wir unser Ding durch und verschwinden wir. Ja. Alles ist erstarrt. Ich glaube nicht, dass das die Venatori waren. Nein, ich würde sagen, das hat irgendein alter Tevinteraner beschlossen, an der Zeit rumzuspielen. Ich bin überrascht, dass er es nicht besser konnte. Da tut sich nichts. Die Magie hier stört den Anker. Hm. Ja, hauptsache wir haben noch was zu plündern. 20. Nein. Äh, krass. Was haben wir denn? Falsche... Was war das? Der Mannikas Schutz war, weil sie gehört, der Feuer ist, das Amulett gemacht. Irgendwas mit Falsche... Ich weiß nicht, was da ich aufgenommen habe. 20. Ähm... Ähm... Mein... Ach, du hast keinen Schiller. Äh... Äh... Ja, die Kiste brauchst du mir nicht zeigen. Hier ist auch irgendein Geflüster. Es ist gruselig, ja. Vor allem, wenn die gleich alle erwachen. Mach mir Pippi in die Hose. Ei, 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 ei... Ich bin überladen und suche trotzdem weiter. Da. Das bin typisch ich mal wieder. Hm. Wo müssen wir denn hin? Warte, öffne. Moment. 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 Von wo sind wir gekommen? Von da. Ich bin verwirrt. Das haben wir uns angeguckt und dann haben wir gesagt... Genau. Die Kiste habe ich gesagt, nee, können wir nicht nehmen. Hier sind wir reingekommen, oder? Hm. Genau. Da ist ja noch was. Da ist wahrscheinlich die Haupttür. Was haben wir hier noch schönes... Verzehrter Lampen. Nö. Ist grau und schlechter als meines. Okay. Okay, nacken wir mal. Lassen wir uns überraschen, was da drin ist. Okay, da wird's runtergehen. Ähm. Halle der Stille. Okay, da wird's auch weitergehen. Wir gehen erstmal runter. Ah, ne Kiste. Krieger. Ähm. Aber ich glaube, Rüstung... Blackwall... 155. Dann können die da drin bleiben. Okay, gehen wir erst runter. Oh ja, wir gehen erst runter. Starb der züngelnden Flamme. Ehrengarde Schwert. Großschwert. Waffen. Brauchen wir nicht. Ja, ich hab keinen Platz. Was haben wir hier? Oh, Siegel dann hat schon... Die Rune müssen wir schon irgendwie mitkriegen. Ja. Zultane Sieger. Das müssen wir auch mitnehmen. Befehle ich ab, hier. Hey! Oh ja, all leather Damen. Okay, was ist hier noch drinnen? Kundschaft der Panzer. Stufe 17. Ja, komm. Da können wir hier nichts mit anfangen. Gut, dann können wir dort weiter gehen. Wie hat sich das erledigt? Das heißt, da ist auch noch eine Tür. Kann man die öffnen? Ja. Was hat jetzt hier geblinkt? Ah, Musikteil. Lesen. Verantwortungsvolle Blutmagie. Gestattet mir euch zu korrigieren, Schülerin. Obwohl es wahr ist, dass die Blutmagie in der Geschichte der Winter stets eine Rolle spielte, gibt es doch auch, abgesehen von den Predigten der Kirche, gute Gründe dafür, warum diese Kunst heutzutage verpönt ist. Denkt nur an die alten Magister, die einst versuchten, das Nichts selbst zu kartografieren. Es mag ein heeres Ziel gewesen sein, aber es forderte einen hohen Preis, als ihr Lührer und Vorrat durch ihre Zauber aufgebraucht war. Vergossen die Magister das Blut unzähliger Sklaven. Und was hat es ihnen gebracht? Die ewig veränderliche Natur des Nichts machte ihre Bemühungen zunichte. Und all der Tod bewirkte lediglich, dass die Magister schutzlos gegenüber Dämonen waren, die von ihnen Besitz ergriffen. Manch einer preist noch immer Tyrena vom Fels, die im Zeitalter des Stahls Blutmagie gegen die Kunari einsetzte. Das heißt, sie habe an der Küste von Manas Pell ihr eigenes Blut vergossen, als sich die Schlachtschiffe näherten, ihre Zauber gegen deren Besatzung gerichtet und das Blut in ihren Adern zum Kochen gebracht. Es war zweifelsohne eine grausige Demonstration ihrer Macht, aber war es auch sinnvoll, sie gegen die Kunari einzusetzen? Es hat sie nur umso entschlossener gemacht, als sie die Häfen von Karastes belagerten. Und was ist mit Magister Kalanthus? Jenem Narren, der dachte, er könne sich dadurch Blutmagie zum Erhabenen machen. 33 Sklaven ließen bei seinem Ritual ihr Leben und Kalanthus wurde zu einer derart grässlichen Abscheulichkeit, dass sich seine Schüler bei seinem Anblick die Augen herausrissen, Robert. Ihr habt das Beispiel der lebenden Kreszenz und den Seraphinien angeführt. Ja, Seraphinien gab sein eigenes Blut, um Kreszenz von ihrer zehrenden Krankheit zu heilen. Und ja, Kreszenz führte daraufhin ein langes Leben. Wenn jedoch selbst die edelmütigste Anwendung von Blutmagie den Tod eines guten Mannes erfordert, ist das dann nicht Grund genug, sie zu überdenken? Ein Brief vom Magistrar Estia an ihre Schülerin 71771 des Zeitalters des Sturms. Oh, wieder eine Kiste. Nix hier. Oh, noch eine Kiste. Fälligschuppen Everett und Kernholz. Noch eine Kiste. Toast-Tänze-Doppel-King. Ach, kann ich nicht nehmen. Hier noch etwas? Nein. Ah, ist nun die Kiste, die er blinkt. Okay, raus hier. Jetzt können wir aber da hingehen, wo wir hin sollen. Ähm, und zwar hier. Nein, wo? Da. Ich meine Wegfindung wieder. Okay. Halle der Stille. Ähm. Wie kommt man denn da hin? Okay, vielleicht da durch. Okay. 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 Was ist das? Er ist ein Er ist ein Erwecke mich. Danke. Stufe 14 erreicht. Okay, Schiffen, Schiffen. Alles nehmen. Nachrichtenfragment. Schlüsselstein, überragende Rune der Reinigung. Bitte sag mir, dass du da drüber kommst. Danke. Hey, Baum, aus dem Weg. Bringt der Blockdurchdringung. Ja, brauchen wir nicht. Danke. Das Herz ist da schön ohne Ihnen. Hier ist noch irgendwas. Da oben noch eine Kiste. Ich finde aber auch immer Kisten. Magierstab des Blitzes. Oh, der ist gut. 78. Urschwörter des... der ritterlichen Verzaubung. Ich weiß, manche packen sich jetzt am Kopf, aber... ist das zwei Hände. Das ist halt gut für... die ich nie... mitgenommen habe hierfür. Wer ist denn noch gleich? Vivian! Ich weiß, da drin ist was. Wo müssen wir hin? Ich muss mich ein bisschen orientieren. Ich gehe erstmal darüber. Ich muss alles erkunden. Ist hier noch was? Ja, da ist noch so ein Runending oder so. 3, 4, 5, 5. Ja, da war Royo. Wäre mir lieber als das hier. Okay. Wir müssen die Dinger wahrscheinlich finden für eine Tür oder so. Ja, dich brauche ich nicht, Kiste. Okay, wir gehen mal wieder da hin. Lesen. Forschungsnotizen. Theoretisch müsste es möglich sein, Energie aus dem Nichts selbst zu gewinnen, ohne die offensichtlichen Gefahren aufzulisten. Sei darauf hingewiesen, dass man sie durch die Benutzung eines geeigneten Kanals umgehen kann. Sobald dieser Kanal stabil ist, müssten wir die Energie nach unserem Willen manipulieren können. Ihre Menge würde jede Vorstellung sprengen. Am jetzigen Punkt bringt uns Theorie nicht weiter. Sollte meine Hypothese stimmen, wäre eine Errungenschaft gemacht, wie es in der Geschichte keine Zweite gibt. Und sie würde die Unsterblichkeit des Reiches garantieren. Mein guter... Dann nehme ich mal eine Fackel. Ich weiß nicht warum, aber... Vielleicht gibt es hier was. Eine Rune oder so. Leuchten auf. 28. Rüstung. Oh, Mann, ey. Er hat das... Er hat das... Er hat Herrn der Wächter. Herrn der Freien Marschall. Okay. So. Dann gebe ich das doch... ihm. Hier gebe ich den. Den zerstören wir. und plündern den. Wieso? Ich habe doch gerade was zerstört. Ich will auch nur das teilnehmen. Du mich auch. Ich habe doch gerade was zerstört, oder nicht? Okay. Ich habe doch... Ich habe doch... Geht's jetzt? Dann gucken wir mal hier nach. Ich glaube, hier müsste... Als wenn das nicht doch ist. Müsste doch vielleicht eine Rune hier sein. Oder so. Oder? Wesen. Oh. Okay. Äh... Inventar. I. So. Aber warum... Soll man dieses Schleierlicht anmachen? Was gibt es hier? Hilft es uns nicht? Wir sind von da gekommen, ne? Oder von da? Ich weiß es noch nicht mehr. Vielleicht braucht das Ding ja noch irgendein Ding? Irgendwas brauchen wir noch. Da? Hier. Wollen wir eins übersehen. Oh, da ist noch eine Tür. Hier. Dankeschön. Ich weiß aber, was zum Lesen ist. Überall was zum Lesen. Das ist auch noch eine Kiste. Doppelklingel. Das will ich aus. Das will ich aus. Nein, brauchen wir nicht, danke. So, Forschungsnotizen. Einige hastig hingekriegt. Notizen unter zunehmend verwerten Diagramm. Blut für den Anfang, dann aus dem Kanal selbst. Der Sklavenhändler hatte sechs Stück, die stark genug für die Aufgabe waren. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Saperon wird ein letztes Treffen einberufen. Ich muss vorher mit den anderen sprechen. Forschungsnotizen. Mehrere beunruhigende Diagramme mit einer anschließend persönlichen Anmerkung. Das Saperon unserer Arbeit hier in Zweifel ziehen würde, war zu erwarten. Er ist schließlich Valorens Mann, aber er wird mich nicht davon abbringen, wer hat jemals durch Zweifel und Zögel irgendetwas erreicht. Sollte er sich ruhig um seine sinnlosen Schutzvorkehrungen kümmern. Wenn er die Gütigkeit meiner Theorien anfechten will, sollte er lieber mal seine eigenen gemütlich anschauen. Er ist nur noch die Kiste. Okay, ich nehme die Focke mal mit, warum auch immer. Vielleicht brauchen wir es ja. So, du Lian. Ein Stab? War es das, was sie gesucht haben? Fass die lieber nicht an. Der ganze Ort hier fühlt sich falsch an. Ja, ich glaube, ich muss mein Inventar leeren. Es tut mir leid, aber ich habe heute irgendwie... Nur Kohl. Muss heranla. Es ist ein Elixier. Blackwall. So. 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 Ja. Ich muss... Achso, da habe ich schon reingeguckt. Ich glaube, ja. Doppelt gemoppelt hält besser. Lesen. Aufzeichnung über gewisse Experimente. Herr Ladius ignoriert alle Ergebnisse, die seine eigene Hypothese nicht stützen, tut sie als Anomalien und übliche Abweichungen ab. Er sagt, es werde eine Beschleunigung bei der Erzeugung des Kanals eintreten und wird seine Theorie zweifellos überprüfen, ohne zu gewährleisten, dass ein sicherer Kanal überhaupt aufrechterhalten werden kann. Ich habe die Risiken angesprochen. Den katastrophalen Riss im Schleier, der durch diese Dummheit entstehen wird, aber er konnte die anderen überzeugen. Wir haben lediglich die Erlaubnis zur Einleitung von Gegenmaßnahmen, falls das Experiment scheitert. Sollte ich recht haben, kann man die entstehende Energie nur zurückleiten und hoffen damit, den Kanal wieder zu verschließen. Die Überlebenschancen sind nicht besonders gut, aber wenigstens wird die Umgebung der Natur bewahrt. Rune des Geistes. Also kannst du deine Fackel eigentlich jetzt wegmachen. Wir haben die Rune gefunden. Oder brauchst du sie vielleicht doch noch hier? Stab nehmen. Einzigartiger Stab. Schaden Kälte, Schaden Geist. Plus 6 Heilung beim Tod, plus 7 Konstitution, plus 5% kritische Trefferschance, plus 7 Magie, plus 9 Willenskampf. Meisterhafter, durchtränkter Stab. Hochwertiger Verzauberstab. Das ist doch eigentlich etwas für Soldis, oder? Jetzt warten. Ich würde jetzt mal eben gucken. Er hat den Besseren. Sturm ist etwas für Soldis. Okay, gehen wir wieder. Wieso drei Sachen? Brauchen wir nicht. Glaube ich. Die Hölle bricht los. Die Hölle bricht los. Die Hölle bricht los. Das ist ein kleiner Misfit. Ihr wisst, was das heißt. Wir sind im Arsch. So, ihr kümmert euch darum, ich kümmere mich darum. Das ist es schon. Tötet sie einfach. Hilfe! 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 Ich erfriere! Einfach den Riss nur stören. So. Puh. Oh, im Kattung. Okay, können wir dann gehen, ne? Die Kiste haben wir doch schon. Okay, wir gehen raus hier. Ausgang. Ist da oben. Gut, haben wir Glück gehabt. Aber ihr Lieben, ich schaue jetzt nochmal auf die Karte, wo wir ungefähr sind und dann würde ich eben nach Himmelsfeste zurückkehren und mich entleeren. Es ist viel zu schade, Sachen einfach so kaputt zu machen. Denn ja, es sind ein paar gute Sachen dabei. Für Solace und für Vivien habe ich etwas gefunden. Das war wirklich zu schade. Schauen wir mal, wo wir weiterhin müssen. Weil wenn ich jetzt schnell reise und wieder zurückkomme, werden wir irgendwo auf ein Lager stoßen. Mal gucken, wo. Mal sehen. Nicht, dass wir wieder so viel laufen müssen. Oder können wir hier denn hier noch ein Lager schlagen, das weiß ich auch nicht. Wäre gut zu wissen. Mal sehen. Mal sehen. Na komm, spiel. Nicht so lange. Danke. Kommen wir raus hier. Ja. Noch Mosaik, Tal. Äh. 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 Elfenwurzel könnte ich gewachen. Ich habe keine mehr. lesen genug gelesen also wir schauen mal auf die Karte okay, es wird halt ein bisschen länger der Part, wir laufen mal hier rüber machen da noch die Benatori und dann bin ich dem Part, in dem wir zu Himmelsfester stürmen so machen wir das da ist irgendwas was ist denn da? eine Höhle ich hasse Spuren hab ich das schon mal gesagt? und hinter mir auch also echt jetzt beiden Seiten hier ich wollte nur gucken, was in der Höhle ist und noch mehr Viecher sind da ich weiß es doch ich weiß es doch hab die die Viecher ich hasse sie oh da ist immer so ein Kraut Hulbalto wie es heißt ich muss ups wahrscheinlich da hoch da nochmal wieso und ihr so schnell meine Güte oh goll leuchtet so im Dunkeln nicht doch schon das ist jetzt kaputt aber wie komme ich jetzt da hoch? ach ein Buch Notiz von einem Temper Benedikt brecht die Zelte ab alle Pläne für die Miene in den Westgarten sind geplatzt die Inquisition ist in eurer Richtung unterwegs verscharrt alle Leiche und begibt euch nach Empress de Lyon was haben die hier gemacht? ich komme da nicht hoch wie komme ich da hoch? wie komme ich denn da hoch? könnt ihr euch mal darum kümmern kann ich hier mal ein bisschen looten ich habe mich dafür gestört alles Müll ja grau und unter 100 brauchen wir nicht mehr mitnehmen was weiter geht es jetzt hier raus oder wieder zurück? und Leo um danke dir was finde Leg dich nicht mit uns an. Die Truppe ist so hart. Sind wir hier reingegangen? Ist das... Ne, ist eine andere Mine. Oder? Ich bin ein bisschen... Oder ist das dieselbe Mine? Ne, ist nicht... Aber hier ist dieses Kraut. Mosaik-Tag. Lesen. Eine gekritzelte Notiz. Luis, es will, dass die Templer alles bekommen, was sie wollen. Ohne Fragen. Also stellt keine. Sie wollen Flüchtlinge und Reisen und wir besorgen sie. Marius. Mann, das ist wieder ein langer Part. Ich wollte angeben... Ich kann aber nicht. So. Oh, da ist noch ein Steinchen. Steine nehmen sie gerne mit. Komm, wir gucken mal. Was gibt es hier drin? Ohne... Ohne nicht. Haben wir dann alles hier? Sie kann... Oh, sie kann es da noch aus. Ja, dann kommen wir wieder raus. Da war nur die Kiste, wo Müll drin ist. Also raus. Ja, ihr Lieben... Das... Ich glaube... Wir gehen im nächsten Part weiter. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Adios.